... ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist wahr, Sie sind ein Befehl zu wieder setzen! Oh mein Gott, ist das einfach getrunken! Der Minister hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das beratliche, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Ich sei Feiglinge! Verreicher, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch ein Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu laden, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalle Aktionen nur behindert! Es hat mit Jeden nur als Widerstand in den Weg geleckt! Ich hätte gut daran getan, von Jammern alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verrat der übten deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse Irren Sie sich gewaltig Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf Tun Sie, was Sie wollen Die Kugel